Was los, Welt? Hier ist Rus mit der allerersten, ja, Was los-Sendung. Also da ruft er mich der Toxic an und sagt zu mir, Rus, du musst zu Tech N9ne auf Konzert gehen und den interviewen. Ich sag, Tech what? Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Rus und es ist eine neue Folge von Was los? Freunde, ich hab mich getroffen mit, ich halte das Intro kurz. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Rus. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Rus. Mein Name ist Rus. Mein Name ist Rus, das ist eine neue Folge von Was los? Was los? Was? 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 Was los? Freunde! 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 Können wir das Gespräch aufnehmen? Wie aufnehmen? Aufzeichnen. Ich dachte, vielleicht hast du sagst, ey, man kann das später gegen dich verwenden. Bruder, nimm auf, was du willst, Bruder. Denn ich mach, was ich will, wie die Haare von Rus. Ja, war's los, ist tatsächlich vier Jahre alt geworden am Montag. Am 21.11.2012 ist die erste Folge online gegangen. Ich habe zuvor, wer mich kennt, wer mich beobachtet, wer das in Erinnerung hat, ich habe zuvor auch schon Interviews gemacht, auch bei Pop.de, aber nur so drei, vier Stück so, bis wir dann so einen Namen für das Format hatten, was vorher übrigens Was geht heißen sollte. Was ich aber da nicht gemacht habe, weil das irgendwie zu random war. Ich fand, was los? Irgendwie so knalliger. Das zur ersten Frage. Viele haben mir geschrieben oder einige schreiben hier, ob ich mal Anekdoten aus der Zeit sagen kann. Ich habe jetzt wirklich kein Scheiß. Ist auch nicht wieder so ein Spruch, den ich jedes Mal sage. Ich habe wirklich nicht so viel Zeit. Ich muss gleich zu einer Release-Geschichte und komme gerade aus Stuttgart, bin mega im Sack. Deswegen will ich nur kurz die Fragen jetzt durchgehen, die jetzt unter dem letzten Post waren, wo ich gesagt habe, Ask Rus mäßig. Aber ich weiß über die Jahre immer wieder, da sind Fragen, die immer wieder kommen. Ich habe nur jetzt keine Zeit gehabt, mich um die zu kümmern, auch mal anzusammeln. Und das war ein bisschen Faulheit jetzt von mir hier. Faulheit so, jemand, der 27 Stunden am Tag arbeitet. Nein, aber das ist halt ein Ding. Also Anekdoten, das eine Anekdote ist, dass ich mit meiner damaligen Ex-Freundin zusammen am Tisch gesessen habe, ihr gesagt habe, ich mache bei Pop Day so eine Geschichte und ob die mir helfen kann mit einem Namen. Dann habe ich ihr gesagt, was geht oder so. Dann sagte die, das ist zu billig. Dann habe ich ihr gesagt, was los? Dann sagte die so, okay, es ist auch nicht viel besser, aber was los, irgendwie knallte das besser. Und dann habe ich Toxic über Skype damals noch geschrieben, jo, was jetzt von was los? Er sagte, ja cool. Dann habe ich gesagt, lass uns das Hashtag was los machen. Das Witzige daran ist, das hat bis jetzt glaube ich noch keiner gerallt, dass das Ding Hashtag was los heißt. Weil man denkt halt immer, wenn man ein Hashtag davor setzt, man setzt ja vor allem ein Hashtag, wenn man will, dass es dann halt bei Twitter oder bei Facebook gesucht werden kann und so weiter. Deswegen, also es heißt eigentlich Hashtag was los, die Sendung. Aber natürlich spricht man es nur, was los? Am besten auch mal in diesem wahnsinnigen Ton. Und was los? Was los? Freunde, ich habe mich getroffen mit. Ich hatte das getroffen. Wir sehen uns auf anderen Seite noch wieder. Eine Anekdote will ich noch erzählen zum Intro. Das Intro, das so gut wie immer gleich klingt. Was geht ab, Freunde? Mein Name ist Ruth. Das ist eine neue Folge von Was los? Freunde, ich habe mich getroffen mit. Das ist so, das ist, also wir haben jetzt vier Jahre was los. Und ich sage euch, das ist ungefähr erst ab dem, erst, nach dem ersten Jahr erst entstanden, weil irgendein Fan der Sendung oder der Show oder von hiphop.de, keine Ahnung, mir mal eine ganz lange Nachricht geschrieben hat, wie toll er die Sendung findet und bla und alles. Und dann hat er mir das drunter geschrieben. So, hey. Und, also ich hatte es schon mal gemacht, ein paar Mal, aber es war nicht so, dass ich einen Spruch hatte, den ich immer hatte im Intro, sondern ich habe immer random irgendwas gemacht. Und dann hat er mir das geschrieben, ich freue mich auf die nächste Sendung. Und dann schrieb er mir genau das, hallo Freunde und so. Dann habe ich das gesehen und mir gesagt, so, ja, witzig eigentlich. Dann habe ich es nochmal gemacht und nochmal und dann habe ich es in Ibiza nur noch so gemacht. Und seitdem ist es, bei mir ist es ja voll im Blut. Ich hoffe bei euch auch, wenn ihr guckt. Apropos den Scratch, den habe ich vorher schon gehabt, vor war es los. Ich habe ja eine Sendung gemacht mit Serdar Simuncu, eine mit Yandilei. Mein aller, allererstes Interview überhaupt für HipHop.de war übrigens mit Hannibal und Solo. Ja, so lange kenne ich Hani schon. Schöne Grüße an dich, Bro. Da waren wir im Casino in der Nähe von Frankfurt, Offenbach, irgendwo mit Azad. Da habe ich Azad kennengelernt. Boah, wie viele Jahre das jetzt schon her. Das ist schon wirklich sehr lange her. Da habe ich den Scratcher schon immer drin gehabt. Ich fand das immer ganz cool irgendwie. Obwohl ich heute, also aus heutiger Sicht würde ich das nicht mehr benutzen, wenn ich es heute in der Show mache. Weil dieses, es muss HipHop sein. Am besten, wir tun uns noch einen DJ dahin. Wir machen noch ein bisschen Graffiti, weil es muss HipHop sein. Dieses gezwungene, es muss HipHop sein, das hasse ich eigentlich. Aber der Scratch irgendwann. Also es war mal so, dass ich den Scratch mal eine Zeit lang nicht drin hatte. Oder ein, zwei Folgen so. Einfach mal einen anderen Sound hatte. Dann haben sich Leute beschwert. Dann haben mich geschrieben, hey, wo ist der Scratch? Ey, wo ist der Scratch? Ey, ist einem aufgefallen, dass kein Scratch war? Schrieben die Leute. Und dann irgendwie habe ich so gedacht, okay, das ist irgendwie vielleicht doch ein Markenzeichen. Dann habe ich das dann weitergenommen. Eine Anekdote kann ich sagen. Ich musste mal ein Magazin anrufen, weil die mein Scratch übernommen haben. Also nicht auch ein Scratch, sondern mein Sound aus YouTube geklaut haben. Ich habe dann, Freunde, euer Ernst jetzt? Macht euch keine Sorgen, das ist kein Beef oder so. Ist lange her. Die haben es verändert. Ist aber wirklich super lange her. Ja, eine Anekdote wollt ihr noch hören von was los? Ich sage euch noch eine. Ähm, ich wollte, das habe ich schon mal erzählt. Nach dem ersten Jahr wollte ich aufhören, weil da war mir zu viel Druck, zu viel Zeit. Ich habe nebenbei studiert, ich habe gearbeitet, dies, das war einfach so hart für mich. Jede Woche am Mittwoch, das ist auch was los, dass ich es jeden Mittwoch ausgestrahlt habe. Immer mittwochs war es los. Und es war einfach echt aus heutiger Sicht auch wieder voll funny. Ich habe ja teilweise sieben Videos in der Woche. Oder ihr wisst es ja, ich mache vier Videos für was los in der Woche. Dann nochmal zwei für Roosevelt manchmal, so keine Ahnung. Es ist halt Routine. Plus es ist auch mein Hauptjob, das muss man auch sagen. Vorher war mein Hauptjob, das eben nicht. Es war, hey, ich mache für Hip-Hop dir was Cooles. Aber ich studiere, mache das, mache das. Habe noch, damals noch viel mehr Beats gemacht als heute. Und ich habe auch ein, zwei Rapper gemanagt oder geholfen. Wie sagt man so, jetzt nicht so Todesmanager, aber so, ja, deren Belange geregelt. Ich glaube, ich hole mal so einen Teil dafür, ich gehe nach Rückenschmerzen. Gut, wenn man DJ ist. Ähm, ja. Freunde, ich wollte, ich hatte noch eine Anekdote irgendwie im Kopf gehabt. Jetzt habe ich es natürlich vergessen durch dieses Hohlerei hier. Jan Delay und Serdar Sumuncu waren so die ersten Interviews, die ich jemals gemacht habe für Hip-Hop.de. Damals noch, ähm, Ruth Unterwegs hieß es damals noch. Weil die auch irgendwie keinen richtigen Format nahmen mussten. Habe ich es schon machen wollte einfach. Auf dem Splash habe ich Jan getroffen. Damals hat er dieses Füchse-Tattoo hier gemacht. Habe ich ihn gleich angequatscht. Er wollte mit niemandem ein Interview machen. Der wollte frei sein, unterwegs sein drumherum. Aber ich habe ihn trotzdem angequatscht. Und Jan war so cool, das zu machen. Eine coole Anekdote dazu kann ich nur sagen, was mich sehr gefreut hat. Auch schöne Grüße an dich, Jan. und danke dafür, dass er dann vier Jahre später quasi, jetzt vor kurzem beim Release, dass ich mit ihm telefoniert habe und er mir sagte, dass er mich feiert, die Sendung feiert und das total cool finde und total gerne ein Gespräch mit mir machen würde für seinen Release und für die Was-Los-Show. Und als ich ihm gesagt habe, dass er einer der Allerersten war und so, dass ich damals auch ziemlich noch nervös war, muss ich sagen. Er hat mich gefreut, dass er meinte, dass er eigentlich auch, also dass er meine Sachen gut findet. Das ist sowieso immer das Beste an der Arbeit. Ich komme gleich zu euren Fragen. Ich weiß. Hey, Bruce, halt das in Druck kurz. Das Beste an der Arbeit ist, dass Leute, die du jahrelang feierst oder beobachtest und guckst und kennst und aus der Öffentlichkeit kennst, wie, keine Ahnung, Moritz bleibt treu. Okay, der war jetzt nicht bei was los, aber, ne, Roosevelt, Azad oder so, Savas, Sido, Bushido, sowieso. Das ist ja sowieso klar, Rap, 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 aber zum Beispiel auch Jan Böhmermann oder so. Wenn die sich dann bei dir melden, wenn Leute sich bei dir melden oder wenn du dich meldest und die sagen, ja, ja, klar, ich kenne den Scheiße, komm, wir machen das, ist cool. Das freut einer am meisten so. So, ey, lassen wir mal mit den Anekdoten Platz lachen für eure Fragen hier bei Asken. Ich kann ja mal zu der häufigst gestellten Frage kommen. Ja, ich hatte ja vor, dass einer von euch das hier macht, mir die Fragen stellt, so, Fanfragen mäßig. Das würde ich auch total gerne noch machen. Das hat irgendwie nicht geklappt, weil die ersten Leute, die sich gemeldet haben, kamen von zu weit weg. Und dann hat sich jetzt tatsächlich einer gemeldet, der auch hier aus Kreuzberg und so ist, aber es sei jetzt zu knapp. Ich bin gerade vor einer halben Stunde aufgelacht. Ja, vor einer Stunde, aber es ist halt jetzt zu knapp. Machen wir aber noch, ehrlich, also, das mache ich noch. Apropos, ich habe für Weihnachten und so eine Menge Stuff für euch besorgt, ja. Hier Russisch Roulette, vielleicht eines der besten Alben in der ganzen Deutschrap-Historie, ohne Scheiß, Russisch Roulette. Mein Gott, hafte, ich liebe dich. Peders, mein Leben, äh, mein Leben, sag ich schon, ne, mein Leben war Dingens, ähm, also Peders Schwermetall, ähm, mein, diese mein Leben, äh, Platten, Life is Pain, die sind da. Ich habe für, ich weiß noch nicht, ob ich das so klassisch mache, so Weihnachts, äh, Dingstürchen und so, Adventskalender und so, äh, und dann verschenke ich euch das. Es sind teilweise echt Sachen dabei, die ich am liebsten nicht verschenken würde, die ich jetzt gerne selber behalten. Ein paar coole Sachen, ich zeige euch da mal was. Unter anderem mein Lieblingspullover hier, 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 mir hat jemand geschrieben letztens, er will diesen Pulli hier haben. Der kann ich dir leider nicht geben, ist nicht meiner, gehört dem jungen Mann, der ein bisschen, der in Schweden im Urlaub ist, wenn ihr, when you get what I'm saying. Ich will jetzt wirklich keine lange Folge draus machen, deswegen lass uns kurz gucken, viele fragen mich, natürlich, wie geht's, äh, Sinan? Ähm, soweit ich, äh, weiß, wir sind natürlich in Kontakt, ist ja klar. Ihr könnt auch weiterhin auch, ihr könnt auch Briefe schicken, viele schreiben mir auf die Fernseite, wohin und so weiter. Ähm, schickt erst einfach ihm auf die Fernseite, der hat einen Kumpel, äh, der hat Freunde, die kümmern sich um seine Seite, der postet da jetzt nicht so viel und so, die, die machen nix, aber die antworten alles mögliche. Und, ähm, Adresse, wo der gerade ist, wo man ihn sehen kann, und so weiter, das findet ihr dann da. Ihm geht's soweit gut, ne, soweit es einem gut gehen kann, ähm, in so einer ermesslichen Lage und, ja. Löffelt die Suppe aus und das ist doch erst mal so, ja. Ja, viele schreiben natürlich Glückwunsch, also ich würde mal sagen, Guido Messner schreibt mir Glückwunsch, ähm, aber eine Frage, seit wann hast du, äh, hat was, Bushido was gegen dich? Ja, dazu kommen wir dann gleich sofort, ich mach das sofort, ich weiß, paar Sensationsleute hier, die wollen das auf jeden Fall wissen. Das kommt sofort, ich will nur ein, zwei Fragen lesen, damit ich nicht immer drauf gucken muss. So. Machst du eins Disstrack gegen Bushido? Ich schreib so zwei, nur die Zahl zwei geschrieben. Da hat Rap-Update so ein Ding gemacht, ersten Worte von Ruth. Ich denk so, sind keine Worte, das ist nur eine Zahl. Ne, also, Grüße auch an die Jungs, äh, Spaß muss sein hier. Das, das Ding, also das können wir ja eigentlich klären. Habt ihr keinen Twitter-Account? Also, dass das Ding nicht so ernst war, wie es aussah. Ich muss sagen, also ganz kurz dazu, ich bin aufgewacht in Stuttgart im Hotel, äh, hab, ähm, Producer Battle moderiert. Grüße an, ähm, den Gewinner da auch, Robert, äh, Orchestra und an Gökhan, die das veranstalten. Grüße an Stuttgart. Schräglage 0711, äh, gute Leute alle. Und, ähm, ja, ich bin noch im Hotel, wach auf und ich stehe so, ey, Bushido hat dich gedisst. Also, wie, der hat mich gedisst, wie? Ich war letzte Woche noch auf Konzert. Ja, da gucke ich das an und denke so, okay, Mann, ey, der fuckt sich ab über alle möglichen Leute. Hiphop.de, sagt der Rap.de, laut.de, das, das werde ich alles dissen und ruse auch. Ja, gut. Äh, hab ich nicht so ernst genommen. Ähm, weiß nicht, ich bin jetzt auch kein Rapper. Ja, was soll ich machen? Soll ich jetzt, was soll ich machen? Soll ich CCN aufnehmen mit Flair gegen Bushido? Oder soll ich posten so, äh, nein, was soll ich machen? Erstmal gucke ich es mir an, okay, ich denke so, es kommt überraschend. Ähm, aber dann hat er am nächsten Tag was bei Twitter gepostet. Wer Twitter hat, weiß es. Und dann war es für mich auch, okay, cool, äh, so ernst war es dann halt auch nicht. Das war dann alles cool. Ich bin ja cool mit den Leuten. Ich bin ja sowieso mit jedem Rapper cool. Weil viele haben geschrieben, was ist denn vorgefallen? Ihr seid doch cool. Original, nichts ist vorgefallen. Guckt euch das bei Twitter kurz an. Oder soll ich das hier eben einblenden? Haben viele kein Twitter? Hier habt ihr das. Leute freuen sich dann immer sticheln. Naja, was sagst du jetzt? Was sagst du jetzt? Ah ja, komm, antwortet jetzt, antwortet jetzt. Oder auch wegen Bushido, als er gesagt hat, ja, ich disse alle Magazine und auch, äh, Bruce. Dann haben mir so viele geschrieben, du musst jetzt antworten, du musst jetzt antworten. Bin ich Rapper oder was? Ich muss gar nicht antworten. Ich muss gar nicht antworten. Ich muss gar nichts. Vor allem, warum soll ich so schnell antworten? Lass mich da mal gucken, was Sache ist. Das ist nämlich das Problem an den meisten Streits. Keiner fragt nach. Yo, was geht ab? Galt die Katjusha-Rakete uns? Nein, Friendly Fire. Nein, aber Spaß beiseite. Ja, hier, Christopher Wallace schreibt jetzt zum Beispiel. Sonst immer reagierst du mal auf alles und machst nonstop Videos, aber jetzt bei dieser Bushido-Sache sagst du nichts. Ich bin enttäuscht von dir, Bruce. Ich bin kein Roboter. Das war gerade drei Stunden, nachdem er das gesagt hatte. So, ich, Freunde. Aber jetzt wisst ihr es ja, jetzt habt ihr es ja. Jetzt wisst ihr es. Jetzt wisst ihr es. Alles ist gut. Ähm, Pablo schreibt mir, ich habe keine Frage. Ich freue mich nur auf die neuen Formate, die du machst. Und wenn du mit was los auf Tour gehst, komm bitte auch nach Wien. Genau, das habe ich geschrieben. Viele haben danach gefragt. Ich gehe mit was los, wirklich auf Tour. Ähm, das Format steht auch schon. Texte stehen. Also, vom Kopf her alles steht schon. Ich bin da in Gespräch mit ein paar guten Freunden, die mir da helfen. Ähm, ähm, ideenmäßig. Wenn ihr noch Ideen habt, gerne auch. Weil ich meine, ihr seid die Zuschauer, ihr seid die Leute, die was los vier Jahre am Leben halten, das Gucken und so. Also, deswegen schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr euch das vorstellt, wenn ich live unterwegs bin. Wie ich es mir vorstelle, das werde ich euch dann in einer speziellen Sendung sagen. Ähm, es wird so sein, es wird eine Mischung sein aus Stand-up, ähm, ich erzähle aus was los, Storys. Aber auch Live-Interviews, dass ich aus jeder Stadt ein, zwei Homies anrufe und sage, ey, yo, keine Ahnung. Ähm, beispielsweise, ich bin in Aachen und rufe meinen guten Freund Trip an oder so, keine Ahnung. Oder ich bin in Stuttgart, ähm, was weiß ich, rufe Casey an oder so, keine Ahnung. Wenn die Zeit haben, dann kommen die rüber, wenn wir was machen. Dann machen wir so eine Live-Geschichte. Aber dann mache ich natürlich das klassische Ding, dass ich euch was erzähle und so weiter und so weiter. Noch ist es nicht 100% fast. Fast, fame, fast. Aber daran, das machen wir, das mache ich auf jeden Fall. Das wollte ich eigentlich schon dieses Jahr machen. Aber ihr wisst ja, 2016 war ein Tag, den man am liebsten im Bett geblieben wäre. Äh, echt. Also, arbeitsmäßig für mich war gut. Es war echt nur too much. Jeder, der was los guckt regelmäßig und mich kennt und Snap guckt und bla, weiß ja, dass ich fast im letzten Monat weniger Output hatte. Jetzt vor dem ganzen vier Jahren was los im letzten Monat war echt wenig Output. Also, wenig im Sinne von der Standard-Output, so ein, zwei Videos in der Woche. Für Roos-Verhältnisse war das wenig. So, da haben mir auch gleich viele geschrieben. Aber ist ja klar, Freunde, ich brauchte mal meine Ruhe. Ich habe ja auch ein paar gesundheitliche Challenges, die ich machen muss. Nicht nur die Oreo-Challenge, mein cliente. Es gibt ein paar reale gesundheitliche Challenges, die Roos machen muss. Viele Fragen auch immer danach. Ist jetzt auch kein riesen Gehandeln, nur ich will euch damit nicht langweilen. Ich habe, ähm, weil, ich suche die Frage raus. Ich habe den aber auch schon hier drin geantwortet. Äh, du weißt, ja, weiß ich jetzt mal, ey, sorry, aber ich habe dir ja eh geantwortet. Also, ich habe eine chronische Krankheit. Ziemlich selten, so gut wie nie mehr hat es jemanden gegeben, der in der Konstellation das hat, das Problem. Es ist jetzt auch keine große Geschichte, wie jetzt, ne, äh, was weiß ich, also, bei Gott ist es Gott sei Dank kein, ähm, jetzt so Krebs oder sowas, ne. So ist es jetzt keine Sache, die mein Leben bedroht in dem Sinne, wenn ich aufhören würde, Tabletten zu nehmen vielleicht. Aber, die einzige Lösung ist, es gibt keine Heilung, aber ich nehme, habt ihr gesehen, 25 davon am Tag und noch 5 andere und noch dies, das und dann ist alles gut. Es ist eine Nierengeschichte. Ich will euch echt nur nicht damit langweilen, weil das einfach richtig so ins Detail gehen müsste. Es ist eine ganz komische, seltene Geschichte, die ich da habe. Ähm, ja, also, alles gut. Mir geht's gut. Mir geht's echt gut. So, was ist dein Lieblingsessen oder Rap oder Techno? Ja, das ist jetzt eigentlich. Lass uns das mal alles, diese ganz persönlichen sagen. Ich mache hier auf Roos World auch nochmal ein längeres Ask Roos, da können wir auch viel persönlicher werden. Ich versuche für HipHop.de, für die HipHop-Fans jetzt hier mal ein bisschen hiphopischer zu bleiben. Hiphop-piger, Hiphop-esk. Ähm, machst du was mit 18 Karat, Roos? Frag Sergej. Auf jeden Fall, gerne. Ich habe ihn noch nicht vor die Flinte gekriegt. Gerne, auf jeden Fall. Mal schauen, wann es sich da was ergibt. Immer noch. Also, ja, Bert Morat fragt, hast du immer noch keine Wohnung? Oder hast du mittlerweile eine? Nee, ich habe keine Wohnung. Ich penne unter der Brücke, weiß man doch. Im Zug. Ähm, dann schreibt Daniel schon mit Odobleu. Nein, äh, der schreibt, hau mal ein paar Menü-Kamera raus. Supporte mal ein bisschen. Schau mal auf die, die alle schon eh irgendwie voll sind. Ja, ähm, wenn wir ehrlich sind, dieses Newcomer-Thema, da seid ihr halt auch selbst schuld, ne? Es gibt unendlich viele Newcomer, die sich melden. Und es gibt auch ein paar, die davon wirklich gut sind. Das Ding ist nur, erst mal bin ich ja jetzt auch in der Jury von Rap-Tags gewesen. Und da waren auch viele Newcomer, da gab es eine Chance. Ich bin beim Producer-Battler, da ist eine Chance. Ihr könnt zu Rap am Mittwoch, mein Homies, Grüße an Ben und die Jungs. Gian und so weiter. Tears da, Bruderherz. Dann, ähm, ne, ihr könnt das machen. Das Ding ist jetzt, das war jetzt für die Newcomer, aber jetzt nochmal für euch, die immer schreiben, mach mal mehr Newcomer. Die Sache ist, wenn wir ehrlich sind, die Leute, die das schreiben, haben entweder selber Affinität zu rappen oder kennen jemanden und wollen supporten. Ähm, ich glaube nämlich, die Zahl derer, das weiß ich aus Erfahrung einfach, die wirklich eine Sendung gucken wollen, wo Newcomer, ähm, jetzt interviewt werden oder so, ich glaube, die ist ganz wenig. Ich meine, ich habe schon ein paar Leute gemacht, die sogar schon richtig professionelle Platte auf dem Markt haben, die aber noch nicht so bekannt waren. Die, ähm, weißt du, die Views, die zeigen es, dass es wenig Leuten interessiert. Und ihr wisst genau, wer was losguckt, weiß, ich gehe nicht nach Views. Ich mache auch total verwirrten Zeug, einfach, weil das Bock macht. Ja, von Underground, äh, ist mir scheißegal, ob ein, äh, was weiß ich, äh, ich will jetzt keinen Namen nennen, soll sich jetzt keiner angegriffen wühlen, aber Rapper X, halt nur 30.000 Klicks macht, das bringt mir keinen Cent, äh, Einnahmen, aber wenn ich Bock habe auf den, dann mache ich das. Wenn ich Bock habe auf ein fettes Thema, was euch interessiert, wo ihr sagt, ey, Alter, geh da hin, dieses Ding, Beef, Mief, geh, check das ab, geh ich da hin und manchmal macht das dann auf einmal eine Million Klicks, so, nice. Freut mich natürlich, aber das ist nie die Prämisse meiner Arbeit gewesen, das ist eh klar. Es gibt ja unfassbar mehr Videos, die ich gemacht habe, die weniger als, ähm, 30.000 Klicks gemacht haben, bis ich dann irgendwann die Größe erreicht habe und HipHop.de, nicht ohne mein Team. Ähm, ja, bis wir dann jetzt auch so eine, sagen wir mal, Zuschauerschaft haben, wo wir dann auch sagen können, okay, wir haben jetzt die Relevanz, wenn wir Newcomer bringen, dann werden das auch Leute schauen und dann haben wir es ja auch probiert, aber es ist irgendwie ganz schwierig. Und scheiß mal auf die Views, das ist immer ein anderes Thema, ein anderes Thema ist nämlich dann die Kommentare. Immer kriege ich Kommentare, was ist mit Newcomern? Wenn wir Newcomer bringen, gibts die Kommentare, wer ist der Hohenzohne? Und jetzt mal. Weißt du? Äh, ja. Warum interviewst du den? Äh, der ist ja voll der Hohenzohne, äh, interview doch Johnny. Äh, von, aus Felbert, mein Kumpel, der ist auch ein guter Rapper. Ja, ganz ehrlich. Deswegen, das ist doch total, deswegen, wie soll ich da jetzt nachkommen, Alter? Also, hier haben auch gleich viele geschrieben, Interview hier, das, denen, so Leute, die ich nicht kenne, wahrscheinlich Homies. Äh, ja, lassen wir nochmal ganz kurz auf die Fragen eingehen. Also Fragen. Äh, Martin Fiasko hat ziemlich viele Fragen gestellt. Wie findest du, oder wie fandest du, boah, wo bist du jetzt gerade, Alter? Wie fandest du, ähm... Papa Bär und Nana und so. Ich weiß gar nicht, ob das alle kennen noch. Ja. Äh, ich fand Papa Bär und Nana seinerzeit schon scheiße. Also ich fand das mega uncool, aber ich kann nicht sagen, dass das alle uncool waren. In meiner Klasse, in der Schule fanden das alle auch gut. Ich war aber einfach schon in der Graffiti-Szene und wusste einfach schon, dass das uncool war. Sorry. Äh, wobei ich aber sagen muss, dass ich viele Jahre später Papa Bär und auch Nana... Nana ganz kurz, aber Papa Bär schon ein paar Mal getroffen habe. Sie ist ein sehr netter Kerl. Also wirklich, Grüße auch, wenn du das, falls du das siehst. Papa Bär, ey, wirklich ein sehr... Der nicer Dude eigentlich. Ey, ich weiß ja, die Musik mir nicht reingezogen. Wobei ich sagen muss, von Papa Bär... Ich kannte ja da nur, glaube ich, einen Song, der dann bei Viva rauf und runter lief, der auch nur ein Remix war von einem bekannten Ami. Ich kenne ja nur von Nana die ganzen Rap-Songs. Nana, he's coming lonely... Diese vorhin schon nochmal scheiße. Äh, gut. Äh, Martin Fersko, noch eine Frage lese ich von dir vor. Ist Farid Bang bei Rap-Update der 5-Euro-Schlaucher? Ja. Könnte ich natürlich auflösen, wäre lustig. Aber tatsächlich nicht. 5-Euro-Schlaucher ist auch kein, glaube ich, bist du bei Rap-Update viel? Weiß ich gar nicht. Aber ist auf jeden Fall ein nicer Dude, dem man auf Twitter folgen kann, der immer gute Punches hat. Auch mal einfach durchdreht. Auch mal. So. Ähm, ja. Bei Twitter gibt's eh viele lustige Leute einfach. Ich, wenn ich mal Zeit hab, dann... Ich... Ich lach mich so durch. Ich hab früher diese funny Leute bei Twitter gefolgt. So amerikanische funny Tweets und so ein Scheiß. Irgendwann hab ich entdeckt, ey, Alter, unsere eigenen Trolls sind so lustig. Jetzt folge ich nur noch denen. Äh, ja. Ja, Roman, äh, Bernhard Schabow, weiterhin erfolgreiche Jahre und alles Gute an dich und euer Team Bruce. Ich danke dir vielmals. Ich danke sowieso allen, die wirklich, ähm, dabei sind. Oder ob du jetzt einen Tag dabei bist, ob du die ganze Zeit dabei warst. Natürlich hat man eine spezielle Verbindung zu Leuten, die von Anfang an dabei waren. Natürlich erinnere ich mich auch nicht an alle, aber es gibt ein, zwei richtige Pappenheimer. Ihr kommentiert ja alles. Ich danke euch da echt so, äh, krass. Ähm, ich meine, mit ein, zwei schreibe ich auch immer und so, die, hier bei Facebook-Fan-Seite, ein paar von euch hab ich ja auch schon so paar Gimmicks geschickt. Einfach, ähm, um auch irgendwie auf eine Art und Weise da nochmal Dank zu sagen. Ich wollte ja in Stuttgart sogar mich mit treffen mit ein paar Leuten. Hat aber dann nicht geklappt, aber das machen wir noch. Mal so eine Art, ey, ich will jetzt so nicht sagen Meet & Greet, weil das kommt so rüber, als wäre ich, keine Ahnung, die einige wäre ich, äh, Haftefehler oder so. Aber, äh, nee, aber ich hab einfach Bock mit euch zusammen was zu machen. Deswegen gehe ich ja auch live. Und dann können wir auch so ein Live-Ask-Cruise machen. Vielleicht, das hab ich mir nämlich mal dann überlegt, ey, keine Ahnung, Stand-Up, labern, erzählen, Live-Interview, dann eure Fragen. So ein Ablauf. Thomas Poling schreibt, ähm, TV-Sendung, was los tue, Deutschland, kommst du auch im Pott vorbei, interviewst mal deine Fans, das wäre meine Idee. Ja, also, zu der Fernsehsendung kurz. Es ist Wahnsinn, dass wir jetzt schon fast wieder Dezember haben, denn letztes Jahr im Dezember, also letztes Jahr im Dezember, mittlerweile jetzt, ja genau, ein Jahr her, hat sich ein Sender bei mir gemeldet. Oder beziehungsweise eine Produktionsfirma, dann, ähm, zum Sender gegangen und Sender, bla, Bruce, bester Mann, geil, ah, wir wollen machen und so. Okay, dann ein Konzept geschrieben, bla, bla, Monate, Anwalt, bla, bla, hinher. Typisch Fernsehen ist halt nicht YouTube, du kannst dich einfach was machen, hochladen, fertig, ne. Typisch Fernsehen hat es halt ewig gedauert, bis dann sogar die, ähm, Kontakte oder die Verhandlungen abgebrochen sind. Aber dann, glücklicherweise, sich neue Geschichten aufgetan haben. Ich will euch noch nichts sagen, was noch nicht spruchreif ist, aber ich bin guter Dinge. Ich hoffe, dass es jetzt schon ein Jahr gedauert hat. Ich bin sehr guter Dinge, dass Anfang 2017 schon ich euch sagen kann, wo es hingeht und was es für eine Sendung wird. Ihr könnt Bruce vertrauen, ich mach keinen Scheiß. Ja, es wird kein, ähm, ihr wisst schon, ich will jetzt keinen Namen sein, es wird sowas nicht. Da, da hab ich schon genug, das könnt ihr mir glauben, das schwör ich euch, da hab ich schon genug Sachen abgesagt im Fernsehen. Also fürs Fernsehen, wo es gutes Geld gegeben hätte, aber wo ich, glaub ich, mit meinem Gesicht nicht mehr hier bei euch auftauchen könnte. Hier, bei was los? Alter, hab ich auch gesagt, ey, Alter, vielleicht vor zehn Jahren hätte ich alles gemacht. So Fernsehen, ah, geil, ich mach. Ach, aber jetzt, Alter, ganz ehrlich, es ist ja leichter, eine Fernsehshow zu bekommen heutzutage, als eine erfolgreiche YouTube-Show zu machen. Weil das eine musst du machen und dir aufbauen, das andere ist, hier ist es. Hier ist! Ihr wisst, was ich meine. So, reingeschissen. Ich guck mal ganz kurz, wie lange wir schon laufen. Ja, zu lange. Das sollte eigentlich eine Ars-Geschichte werden. So, total beschissen organisiert hab. Ähm, Erich muss sich das gleich noch angucken. Deswegen hau ich jetzt ab. Ähm, vielen Dank, Freunde, für eure Fragen. Ich werd das nächste Mal sortierter machen, schneller machen. Stefan Bott schreibt, mach es bitte nicht RTL-mäßig. Ähm, RTL wird immer gehatet, die haben auch ein paar coole Formate. Ne, vergiss den Nachmittags-Scheiß, aber als ich RTL geguckt hab, so, mit meiner ganzen Jugend hatten die so viele coole Formate. Die 100.000-Mark-Show, die, ähm, mit Linda Demol diese Shows und so. Ich meine, klar, aus heutiger Sicht auch ein bisschen kitschig vielleicht und so, aber damals war die einfach voll fett. Ähm, heute ist viel mitten im Leben und so, ist klar. Ja, aber, äh, ich will nur sagen, das hört sich so an, als ob ich zu RTL gehe, ne? Nein, ich spreche nicht mit RTL gerade, das sag ich euch. Aber trotzdem will ich nur sagen, es ist zu leicht, einfach nur zu sagen, geh nicht zu RTL. Es wär leichter, leicht, besser ist, geh nicht zu RTL 2, ja. Was kann man sagen? Dann, weil, oder, äh, oder? Ist doch so bei RTL 2, man weiß doch genau, was da rauskommt, so mäßig. Oder vielleicht mach ich da bei RTL 2 diese Nachrichten, ich rapp die Nachrichten. Ah, jetzt hat Trump gewonnen und die Leute machen dies und es ist Zeitungsdies und bla und bla. Und 1906 dachte ich, da war da dies. Ja, ich weiß, wack, alter, Rose, alter, rapp nicht. Ich bin froh, dass, äh, äh, ihr könnt froh sein, dass ich aufgehört hab. Alles Gute, beste Show, schreibt Stefan Herb. Also, das hab ich mir jetzt nicht überall vorgelesen, aber viele schreiben mir das. Auch Grüße an Arment von Shorties. Er fragt, wann kommst du wieder in Shorties auflegen? Dann, bestimmt bald, alter, schönen Grüße an dich. Dann will ich noch ein, zwei Sachen vorlesen von Leuten, die oft, äh, kommentieren. Fahok, Hashimi, ich seh dich, kommentierst oft, danke dafür. Wann kommt Ait Mani, fragt der daran, merkt man gleich, der ist lange dabei. Ich muss sagen, ähm, er fragt auch nach dem versprochenen Interview mit einem Fan. Ja, pass auf. Das Ding ist, ne, ich lese auch einer, also nicht einer, aber ein paar haben auch in der letzten Zeit immer geschrieben, wo bleibt denn das Flair, äh, Berlin-Remix, ja? Leute, es ist nicht so, dass ich faul bin, ihr kennt mich. Ich bin Arbeitstier, ja? Ich bin der Typ, der, ne, am Boden liegt, ähm, für diese Sendung. Ich hab für diese Sendung alles gemacht. Ich hab wirklich, äh, gesundheitlich alles gemacht für diese Sendung. Einfach, weil ich die geilste und größte Hip-Hop-Show machen wollte. Ähm, einfach, Yo MTV Raps wollte ich einfach aus, ähm, größer und besser und krasser und moderner als Yo MTV Raps. Nein, okay, wenn wir zum Fakt kommen. Ich will nur sagen, es ist halt nur nicht so, dass das klappt, ja, immer. Zum Beispiel diese Berlin-Remix-Geschichte, es hat dann nicht geklappt. Und ganz einfach, ich habe gleich alle Rapper, die ich kenne, angerufen, vorgeschlagen, es hat nicht geklappt. Und, ihr könnt euch ja vorstellen, warum, aber es hat nicht geklappt. Ich hab mich trotzdem, ich freue mich trotzdem, dass ich mit Flair was anderes geschafft habe. Ähm, ich weiß noch nicht, ob wir das, drei, zwei, ich weiß nicht, hat der das schon gesagt im Blog? Egal, achtet demnächst auf Flizzy, er wird euch da was sagen. Da haben wir doch was Schönes zusammen geschafft. Ähm, ist auch viel besser als der Remix, den ich da mal machen wollte, der unterwegs-Remix. Unterwegs, natürlich, äh, spiele ich auch immer noch gerne in Clubs. Das ist für mich fast Song des Jahres. Aber, äh, ihr kommt ja eh alle, äh, hiphop.de Awards demnächst, Freunde. Votet, votet, votet. Ich werde ganz bestimmt auch nochmal mit dem Flair, ähm, vielleicht auch nochmal mit dem anderen Rapper so einen kompletten Jahresrückblick machen. So wie letztes Jahr, das haben auch viele geschrieben und sich gewünscht. Das ist geil, das machen wir. Ähm, ja, boah. Dieses Jahr Song des Jahres zu sagen, ist so schwer. Unterwegs. Ufo-Sachen, Ufo, Alter. So geile Sachen, Ufo361, I love you. Ähm, wie der Franzose sagen würde. Palmen aus Plastik. Und nicht ohne mein Team, Alter. Song des Jahres. Obwohl, ja, Miami Yassin kam um die Ecke und hat ganz kurz, so, ne? Klar, ein, zwei Stinde-Dinger, Sex ohne Grund, absolute Granate, sorry, aber alles auseinandergerissen, clubmäßig. Ähm, geht da was? Ähm, Miami Yassin, Aziz, Zuna, die haben, boah, die haben echt gute Schoen. Song des Jahres jetzt. Ja gut, Kokaina ist, glaube ich, das wird das schon machen, glaube ich. Obwohl ich gerne auch unterwegs oder so hätte. Oder, ähm, was war denn neu? Ey, ist das Jahr Rap-mäßig, Hip-Hop-mäßig, ist hier schon sehr, sehr, sehr viel passiert. Ja, ich hoffe, dass noch viel, viel mehr passiert nächstes Jahr. Rap ist da, ihr seid da. Was los ist da? Hip-Hop-D ist da. Ähm, aber ich muss los, Freunde. Ach so, eine Frage, die mir sehr häufig gestellt wird. Sehr häufig, in der letzten Zeit. Noch das letzte Jahr. Und damit auch eine Anekdote. Wo bleiben die Japan-Vlogs? Die Japan-Vlogs gehen ab Sonntag los. Tatsächlich, tatsächlich. Genau ein Jahr ist es her. Genau im November, ja, knapp November letzten Jahres, war ich in Japan mit meinem, äh, mit meinem, äh, Bro, Rav Kamora. Und, äh, mit unserem Brudi, ähm, Shao Kasado, der jetzt auch nicht mehr unbekannt ist. Damals war er sich am Aufbauen. Jetzt dürfte jeder wissen, wer das ist, klar. Deswegen, wenn ich da in den Vlogs mal sage, hey, das ist Shao Kasado, der macht Videos. Ähm, der hat jetzt, ne, die ganzen, ach, ihr wisst selber, Shao Kasado, Palmen, da, dies, das, alles gemacht. Ähm, ja, genau. Eine häufig gestellte Frage, wo bleiben die? Die kommen jetzt? Warum hat das so lange gedauert? Ganz einfach, ich hab einfach ein unfassbares Festplatten, 80 Tonnen, Gigabyte, bis geht nicht mehr, Problem gehabt. Und, äh, hab jetzt mittlerweile Lösungen gefunden, aber es ist nur mal so. In der Zeit, anekdotenmäßig kann ich euch sagen, ist immer mal wieder was verschwunden. Ja, nicht so viel, ehrlich gesagt. Also, nicht so viel wie auch bei den großen Anstalten, aber, ähm, ein paar Sachen. Ich hab Gott sei Dank, Japan haben wir jetzt gerettet. Danke an Philipp auch, danke an Erich, danke an alle, die da mit supporten. Wir haben den Scheiß jetzt wieder. Gott sei Dank, es waren so coole Aufnahmen. Mit Raph. Und, ja, das sind halt Vlogs, wie wir da in Japan sind und bla. Äh, freut mich, wenn ihr da reinschaut, weil, ey, das ist wirklich eine Reise wert auch. Dann, ähm, eine Anekdote, mein aller, allererstes Interview mit Raph Camorra. Ich hab Raph nicht gekannt. Ich war in, äh, wo war das, in Friedrichshain? An einem Café. Da hab ich Liquid Walker Interview gemacht, eigentlich, mit Toxic und so. Dann sind wir nach Berlin gekommen. Das ist schon drei Jahre, zwei Jahre so her. Dann haben wir, spontan, hab ich gesagt, ja, dann lass uns doch noch ein Raph-Interview machen. Und ich muss sagen, bis dahin kannte ich Raph noch nicht. Ich kannte ihn, äh, so musikmäßig, bisschen und von Artcore. Wusste ich, wer das ist, aber ich hatte den nicht so am Schiff. Hab dann gesagt, ey, ich mach ein neues Format, irgendwie was los, heißt das so. Das ist so ein Quatsch-Format, so, äh, hast du Bock, so mäßig. Er so, ja, klar, und so, hab ich Bock. Einmal mal das gedreht, nur 15 Minuten, quatschi, quatschi, in so einem Café und das war echt nice. Da hab ich Raph so das erste Mal gesprochen, sozusagen, in meinem Leben. Und auf dem Weg nach Hause hat der Kameramann die Speicherkarte verloren. Das ist einer der Hauptgründe, warum ich ohne Kameramann unterwegs bin, wirklich, ja. Irgendwann, es ist auch flexibler, ich mach lieber mal alles selbst, aber da war ich so abgeturnt von der ganzen Sache, dass ich fast mit dem Auto gegen einen Baum fahren wollte, einfach. Weil, weil irgendwie alles gleichzeitig, so das Schamgefühl von dem Künstler, den jetzt anzurufen, den zu sagen, ey, Bro, dann einfach, dass dir das passiert, ich bin so rot geworden in meinem Kopf. Ich würde jeden umbringen, wirklich, aber wie es, wo es halt immer macht, Arigato. Ja, Grüße nach Japan, falls ihr das seht, Grüße an euch. Wir haben da echt gute Hip-Hop-Family am Start, die mich natürlich verstehen, das würde ich nicht auf Deutsch sagen, ich könnte das auf Japanisch sagen, aber Freunde. Nein, Japan-Vlogs, es kommen Vlogs und dann kommen auch Interviews mit japanischer Rap-Szene, habe ich euch versprochen, wenn es kommt. Gott sei Dank haben wir diese Festplatte wieder am Start. So, Freunde, das war ja eine ganz kurze Folge mit AskRuse. Es wird zu Silvester, versuche ich, das ist ja auch ein Running-Teil bei was los, zufällig geworden, 1.1., die erste Folge ist immer mit, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Das hat sich so etabliert, das werde ich auch noch machen. Die letzte Folge des Jahres vielleicht wie immer mit Flair, die erste dann mit, so. Und ich werde eine Badewannen-Folge zu Silvester machen. Stani, nackt, diesmal ganz nackt. So, meine Lieben, grüße an, wirklich grüße an alle, die mich hier supporten bei was los und die immer am Start sind, die kommentieren. Und abonniert unseren Channel hiphop.de, da könnt ihr uns am meisten supporten mit den Likes bei den Videos halt, damit das Ding rumgeht und es viele sehen, das supportet uns. Und wie gesagt, geht gerne auf meinen Channel rüber, Roos World. Ihr wisst, das ist wie ein Vietnam-Verletzter, den ich so mitschleppe, Roos World, komm. Nein, geht, da komm. Aber nein, aber da sind ja schon geile Sachen jetzt drauf. Neue Vlogs kommen diese Woche, Atze-Schröder-Interview kommt. Sonntag, glaube ich, oder Samstag. Das soll nicht kollidieren mit den Japan-Vlogs, hier auf was los. Yes, Freunde, danke fürs Aushalten. Gang, Zeichen. Bis bald. Lass du ruhig schlabern. Du bist nicht Tony Montana. Du bist nicht Frank Montana.